Musik Im vergangenen Jahr hat die Premiere vom Equonet Pony Cup von Equestrian Worldwide für tollen Ponysport, viele emotionale Momente und spannende Entscheidungen gesorgt. Auch heuer fördert Equestrian Worldwide die besten Ponyreiterinnen und Ponyreiter Österreichs mit dem Equonet Pony Cup, der im Rahmen der Casino Grand Prix Turniere ausgetragen wird. Wir freuen uns auf unsere Nachwuchstalente und ihre Ponys in Linz, Lambrechtshausen, La Cée, Fahrach und schließlich beim großen Finale in Preding. Untertitelung des ZDF, 2020